Willkommen bei mir zu Hause. Heute wird ein aufregender Tag sein, denn Petrox ist zu Gast bei mir. Ich habe ihn schon eingeführt bei mir auf der Surfbrette und ich muss sagen, sensationell, was der Junge für ein Bewegungsgefühl hat, wie der aufs Brett gestiegen ist, wie der Quer- und Längsachse schon koordiniert von dem Surfbrett sagenhaft. Musik Jo, geil! Schön, hier zu sehen! Good to see you, good to see you! Eine Ehre! Und mit der gleichen Tür springst du jetzt gleich auf deinen Surfbrett, oder? Ja, okay! Augenfasser! Also hier ist ja noch alles friedlich gerade, alles ruhig, alles still, kein Rauschen, sondern nur eine friedliche, stille Wasserfläche. Ey, das sieht so krass aus! Wie viele können hier theoretisch gleichzeitig surfen? Also wenn wir an der Lernstange mit Anfängern arbeiten, sind oft acht, neun Leute gleichzeitig auf der Welle. Aber wenn die Welle frei ist und offen, immer nur einer. Aber du hältst kaum länger als eine Minute durch. Eine Minute ist schon viel. Früher würde ich sagen... Wirklich, ich habe Bock! Auf geht's! Let's go! Auf geht's! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 100 Liter am Ort. Hey Gott, in den 10 Sekunden ich das schaffe, auf dem Brett stehen zu bleiben. Jetzt gleich am Anfang. Ja. Dann schenke ich dir meinen Wort. Was? 10 Sekunden. 10 Sekunden. Ohne zu wissen, wie das geht? Ich zeige es dir. Okay. Woo. Das ist die Herzen der Anlage hier, da geht es 15 Meter runter. Und da geht es 30 Meter hoch und da hat Wind, es ist richtig windig gleich. Da ist so viel Wind, dass du drin liegen wirst. Einfach abheben. Fühlt es sich dann auch so an wie ein freier Falk? Ja, absolut. Ich habe viele Falsche am Sprünge und das ist genau das, was du im Freifahren erlebst, totale Freiheit. Du schwebst und fliegst mit nichts aus deinem eigenen Körper. Wollen wir machen? Ja, total. Ich bin noch Anfänger, aber... Macht nichts. Mein Rücken ist gestretched. Alles im Leben, wo man zum ersten war. Das ist Thema Frieden, oder? Let's go. Normalerweise springst du hier durch die Tür rein, das machen wir auch. Du läufst da Wind schon und du springst in den Wind. Das kann man auch machen. Was ich in der Persönlichkeit finde, das ist flach auf dem Netz liegen und dann schalten wir den Wind ein. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Okay. Da sind jetzt richtig, wie du anfangen kannst. Das ist jetzt fertig. Oh, komm, ich bin gespannt. Oh, komm. 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 Ich habe das auch zum ersten Mal gemacht gerade, weil Juri es zum ersten Mal gemacht ist echt lustig, weil du liegst da drauf und denkst, oh jetzt bläst es aber und dann merkst du plötzlich, wie du schön in uns wirst, weil du bist von unten angeblasen und denkst, wow, 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 wow. Das ist so geil, ja, und das ist nicht gut, hä, ja, gut, ich bin schon 65 Jahre auf der Welt, ich hatte ja viel Zeit zu üben, weißt du, das ist meine Motivation und Inspiration, ich mache das womit eigentlich auch noch Backform. Was, ne, schau mal diese Backmeme, ja, das ist so, wie die heißt, warm up. Let's go! Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute.